Hallo, der ist willkommen zu anderen anderen... Und zu weiterer Runde von... Aaaaaaaaaaaaaahhhh Bakasura und so... Clash und so... Bittes ist schlecht... Was ist? Bittes ist schlecht... Ich weiß, du auch! Finde ich zu... Ja... Immer gut... Reyes hat mir die ganze... Die ganze letzte Zone die ganze ignoriert... Er sah voll böse von ihm... Er hat grad Elo von deiner Thunfischdose... Das kann gut sein... Nur ist die Thunfischdose wahrscheinlich noch viel besser Dann ist meine Salami und eine höhere Eloi vom Kühlschrank, die schon abgelaufen ist und ich habe echt eine Salami, die läuft gerade ab und ich schmeiße sie immer noch nicht weg. Schön. Bakus Ura. Boah, ich habe irgendwie den alten Bakasura mehr gemacht. Man müsste eigentlich für jeden Gott, der mal einen Rework bekommen hat vom Aussehen her, also der hat den Origin-Skin sozusagen machen. Purensohn. Was ist? Purensohn. Danke. Er meint gar nicht dich. Trotzdem. Ich meint Kumba. Oder so. Ja, du. Der Duttonese wirklich. Ich würde sagen, die 70 FP-Punkte sind wirklich gruselig. Ja, antwortet mir nicht. Dieser Bakasuki ist so gruselig. Ich weiß. Ich habe mehr. Was willst du eigentlich? Ich würde mir viel Kälfer sein. Ich carry ja viel mehr mit Kumba. Das stimmt. Ich kann mal 400 Kills haben. Ich weiß nicht. Das ist extrem, extrem schlimm. Bakasura habe ich zuletzt vor einem Jahr gespielt. Ich bin ein Kumba-Artmeer. Ja, Bakasura habe ich zuletzt vor einem Jahr gespielt, also lass mich. Lappen. Ich weiß. Mit Bakasura schon. Nun wollte ich ihn mal wieder spielen. Mal nächstes die Folge hoch. Was? Und jetzt die Folge mich direkt liken kann. Wahrscheinlich morgen. Rechne ich mit. Und dazu noch eine Tomb Raider Folge. Und noch ein paar Godskin Reviews. Oh, nice, Alter. Wir müssen zwei. Good luck. Ich hab keine Tränke gekriegt, oder? Ich hab keine Tränke gekriegt, oder? Ich hab keine Tränke gekriegt, oder? Bissar. Mit Barkasen rüberkommt man den einfach immer. Das ist doch Licks. Erzähl mal den Zuschauern, Smiles. Nein, tu ich nicht. Ist ein Scheißspiel nicht installiert. Genau. Schaut auf meinen Kanal vorbei. Tut's nicht. Er ist zwar eh verlinkt, aber tut's nicht. Mich zu abonnieren ergibt Sinn. Tut's nicht. Er macht nur noch weitere Scheiß als ich. Ja, lasst mich alle in Ruhe. Könnte Kumba die Hardwolfer zufried so wegschießen? Ja. Ach, lasst mich. Die Gegner mögen mich nicht. Nicht nur die. Was zur Hölle? Du. Oh. Okay. Gut. Und. No. In der gleichen Sekunde hast du das. Dass du das. Dass du den K.E.B.com. Nice. Oh. Scheiße. Oh Gott. Sorry. Yes. I know. Hiiii. Byeiii. Okay. Oh Gott. Nemesis. Okay. Okay. Javi, ich bin durch Level 6. Kommt jetzt zu meiner Buff einer von euch. Ja? Ich komme. Ich komme. Du stirbst gerade, oder? Ja, deswegen komm, oder? Bitte. Ich fresse gerne das meiner Minion. Ich hab getroffen mit der Old. Es tut mir aber leid. Ja, ich muss auch einen Minion fressen. Ah, Schläge. Ah, Schläge. Good luck. Good luck. Good luck. Yay, voll. Oh fuck, ich bin ein Minion. Ich hab kein Minion mehr. No! Ah, es war schön mit Leuten reden zu können. Ja, voll gesprächig. Willkommen zu Let's Play ohne Tonaufnahme. Ah, natürlich auch in der letzten Runde, wo du einfach durchgehend geredet hast. Weißt du eigentlich Abos? Ja. 33. Oh. Wir machen deine Vater schon mal weg. Das heißt... Was ist? Das ist so viel. Meine Mutter hat mein Vater nur, dass wir hier, äh... QR besorgen sie mal an Account für YouTube. Das ist so blöd für irgendwas. Für alles. Ah, Lachen. Meine Mutter hat auch keinen Account. Doch, meine Mutter hat, glaube ich, einen Account. Aber sie weiß nicht, wie rumzugehen. Wenn sie, wenn sie jemand abonniert und witzig Werbung, sich denkt, sie hat ein Virus. Okay. Okay. No! Ach, lass mich. Ach. Lassen. Immer die Flügel, du. Immer diese geflügten Leute. Alter. Autsch! So. Gib mir den Assist! Gib mir den Assist! 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 Verdammt! Das ist... Ich finde das so cool mit dem... Hey, hey, hey. Müsste ich ulten? Ach, da. No! Nein! 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 Lauf bei dir! Zack! 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 Ah, ich weiß nicht, ob die OP Bakasura früher noch war. Ich weiß nicht, ob die OP Bakasura früher noch war. Okay, sorry! Ah, hi, wie geht's? Ah! Wuhu! Wahuuu! Oh! So, nochmal gehealt! Okay, läuft bei dir! Was denn? Au. Ich spiel Kumba auf meiner Weise. Also, OP. Habt ihr aged? Gut. Ne, hast du ulti von der? Ne, hä? Tut sie nicht. Man muss nen Minion fressen. Ich würde drauf gehen. Lass mich nen Minion fressen. Danke. Wieso stehst du einfach da? Bei Barkas war er wohl ein Stack. Wir lassen alles jetzt. Hallo. Barkas tust du ja nicht, ne? Was denn? Genau das. Lass mich in Ruhe alle. Ich brauch euch nicht. Weißt du kannst, äh, Leuten auf die Stacks lassen, ja? Ja. Ja. Oh stimmt, ich hab vergessen, dass er Stacks baut. Ich wollte da nur nen Minion fressen. Ja, hab ich gesehen, wie der ein Trailer auf mich eingeschlagen hat. Ja, so einen Minion fressen. Und dann sagen, warum bleibt ihr stehen, anstatt zu mir zu denken. Leute, daraufhin seht ihr mal, was für ein Brainfuck der in der Runde ist. Nein. Ich hab immer voll vergessen. Ich vergesse voll oft, dass irgendein Stacks baut. Ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst. Oder ich möchte Leute einfach nicht stacken lassen. Das kann auch gut sein. Ja, so schnell sie fertig sind, desto besser ist sie fürs Team letztendlich. Ich weiß. Hab ihn nicht gesehen, das ist okay, sorry. Den Nito ist nicht von wem weiss. Weiß mich. Ist ja egal, ich hab weggegeben. Boi. Musst die Minion essen, lass mich! Ich hab Old Down, sorry. Pass auf. Puh. Der Top. Sorry, ich hab kein Leben. Ich muss ein Minion fressen. Ja, ich hab's kapiert! War es ein Minion wert? War es ein Minion wert? War es ein Minion wert? Och man, ist der selbst nicht da. Verarschen kann ich mich selbst, hey. Oh, fuck. Wenn der Top mir einfach das letzte Minion nicht lässt. Ja, ich hab, ich hab. Ich stecke in der Minion. Boah. Okay. Ah, wir müssen die Spannung reinbringen in das Spiel. Ja, ja. Ich stehe wahrscheinlich, falls du gank werde. Ja, doch. Ganz und... Oh Gott, ich schenke dir mein Herz. Ja, dann. Wilken Olds regelt. Oh, so. Wir haben nach dieser Musik in den Bot hier rein. Och man. Was ist das für Musik? Ich hab den gemütlich. Der Scheißmusik ist da. Ich hab ihn aber auch gemütet. Weil... Ja. Weil Metis aufnimmt. Was weißt du, wo kommt? Das ist ja unser 2 gegen 1 war schon fast gerade, ne? Ach, scheiße. Let's shit. War ein XP. Ich bin tot, wenn keiner was macht. Nee, ich... Ich konnte ja gar nichts machen. Fass ihn. Mein Gott, Alter. Nee, das... Ich geh da nicht rein. Oh man. Oh mein Gott. Och. Das war so klar. Wohin so. War wieder ne super gute Runde von mir. Wie kommen die so weiter hin nach vorne gebracht, man? Die können alle 4 springen. Aber dieser Bot gibt auch die Eier. Wer geht hier auf die Eier? Der Top? Der Bot hier. Der Musikbot. Schade. Ja. Wunderschön. Wie man zieht, du. Ja, er redet nicht schlecht, du. Ich nachhause, der weg. Ja, ja. Dann mute ihn doch. Den Bot. Der nicht raus. Das hat er... Das hat er jetzt aber gehört, du. Was? Tim? Der Bot? Oder den... Das war schon mal geladen, kam nicht. Ja. Mann, ich will wie ein Overwatch den gestern. Ja. Ganz knapp vorbei in der Sache. Ja. Ach, Mann. Yay. Oh mein Gott. Gut. Oh mein Gott. Na, ne. Ich geh dir weg. Danke. Mein Interessender ist... Ich hasse dich. Na, ich achte auf mein Team, ne? Seh ich schon. Äh, Messies? Will ich ja jedenfalls? Wie viele denn abholen? Gut. Mach ich gerne. Also. Oh fuck. Nicht, 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 nicht. Nicht, oh die. Die wollte ganz klar. Ist nicht. Nicht. Aufpassen nicht, Ulti. Ah yes. Ich hab gleich überlebenschlag. Und die macht schon Damage. Ja. Weil man keine Batschläge age ist, wenn man richtig nicht macht. Strike one age ist. Ich hab keinen Bock auf den Pool dann. Hm. Arm an. Die Musik hat nicht geändert. Was muss ich denn skimmen, Ulti? Zwei. Zwei, oder? Zwei Cupid? Egal. Äh, drei. Zwei. Ich hab die drei. Jawohl, ich bin Hunter. Seh, das ist durchgehend. Das ist überall. Das ist ein Buff. Ehrlich? Ja. Wieso bin ich so... Ist das nicht nur Weg, wo du sagst? Ne, das ist überall, das ist überall. Wieso bin ich... Äh, durch was war ich nochmal bei Bakasora so schnell? Attacks, wenn du dein Herz hat. Zeig, ne? Ich wollte einmal den Sexfebauf nehmen. Hä, wo ist es nicht? Da vorne. Da vorne. Alter. Nee, Junge, die machen da nichts. Du old? Wunder. Äh. Nö. Doch, hast du, Ligner. Verdammt, ich hab's falsch gebaut. War eine Retour, die Frage. Das ist super. Dazu auch noch. Killet. Da. Und... Da. Das wird so lustig für die Gegner. Alle haben Sanctuary. Wir haben alle Sanctuary. Oh, ankersten. Ach, das gelinnen wir schon. Ja, jetzt sind wir. Warte, du brauchst so lange wieder 2, wenn wir die ulten. Ich schraff das nicht. Ach. Er dürfte sterben. Mach mal mehr. Oh, fuck. Oh mein Gott. Ich schlau mit dem Fall... Ah, hast du das, was? Du brauchst noch Penetration, ey. Ja. Ich... Ah, komm. Hilfe. 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 Nee, das hat nichts gemacht. Das hat nichts gemacht. Ich bin echt einfach nur weg. Hat der. Das ist bewegt. Alter, ich hab grad so viel Damage gemacht. Du brauchst einfach nur an Gegner drankommen können. Ach, Mann. Geht das durch Wende die 1? Ich glaub, wir sollten das einmal Tor zerstören. Warte mal. Geht das durch Wende? Oh, ne. Was geht durch Wende? Bei einer 1. Äh, du spielst Vulcan, ja dürfte. Okay, T-Shirt weg. Nee, schau. Na, gut. Kann man nicht mehr machen. Danke. Wieso bin ich immer so übertrieben schnell? Das ist voll gruselig. Ah, sorry. Mach zu viel Damage. Thank you. Nee. Ah. Nice. Awesome. Das wird ja jetzt super. No, wann merkt er es endlich? Das ist er nicht. Oh Gott, oh Gott. Was denn? Janus. Ach, ich hab's sogar noch gesehen. Alter, kann die nicht immer so ein Tor einruhe lassen? Nö. Was? Hat er gequittet? Ey, von der wird das kaum quitt, alter. Ich? Ich hab Kript gebaut. Äh, du sagst Penetration? Norris? Auf jeden Fall. Gut, dann, äh, Titans Ban. Nein. Oder? Noch anderes? Was würdest du sagen? Woher ist? Jotons? Ich sehe schon andere... Nö. Ach, Mann. Ich wollte J-Am. Alter! Wie? Boah, ich schwel. Kein Schmerz, ich braun soll. Ich hab grad grad die Wallen gehabt und die stieg durch. Das ist doch nicht nett. Ich glaub ich hab die. Ich glaub ich hab immer J-Tons. Ja. Na komm, aber ich krieg's doch. Ich, ich, ich bin vorhin nicht an sie landgekommen. Hat sie Fetalas? Ja, jetzt hat Fetalas, okay. Gut, das erklärt, das erklärt einiges. Äh, der auf einmal den Dings holt. Ah! Fetalas! 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 Kaputt! Alles klar! Fetalas! 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 Fliegt einfach seine ganze Bude durcheinander. Wir sollten wirklich mal, also ähm, ich, mir fällt grad erst, ob das Ganze ausgeglichen ist. Wurken fehlt einfach auf hart rein. Ne, wann willst du, du bist gut. Ähm. Nein, der fehlt schon mal. Besser als du, von daher. Besser als ich, genau. Zehn, fünf. Besser als du. Äh, besser als ich. Äh. Wird man jetzt ready? Und drei Minuten dazu auch noch. Sieht schon mal. Schmuck. Ah, ne, lass ich probier's schnell. Weil's du nicht fließt. Na, oh, oh, oh. Okay, nice. Oh, awesome. Triple! Weiter, weiter, weiter. Och verdammt. Die hat geultet. Die hat mich geultet gehabt. Danke. Trotzdem. Ach man, die hat mich geultet. Das ist auch nicht nett. Ah, schade. Die ultet aber auch irgendwie durch gegen mich. Ich spiel einfach Musik. Schön. Ah, das macht Spaß. Ich hab vergessen, dass Baka so einfach so viel Spaß macht. Bei so nem tollen Team auch noch. Schleim, schleim, schleim. Schleim, schleim. Schleim, schleim. Es. Schade. So. Ähm, jetzt noch damage portion. Was? Alter, der... Geht der trotzdem auf den Tag Speed? Das wäre lustig. Fütter nicht, aber er ist so mega schnell. Oh, schade. Trotzdem bekommt Dane das doch peinlich. You are fine. Äh, wann wir langsam mal die Goldfury oder den, äh, den Firejunt machen? Nein, keine. Okay. Okay. Und wie sagt der trotzdem nach vorne? Ich bin retarded, ich dachte jetzt meine Ult, aber habste nicht. Ich hab meine Ult aber keine Mediens gefressen. Und ich lauf frei, aber ich lauf aber wieder zu. Gott sind die schlecht, man. Danke schön fürs Kate-Stealen. Sorry. Es wäre mindestens Triple gewesen, aber jetzt lass uns Verjunt machen. Oder? Sorry. Äh. Wenn's auch ein Triple so wichtig ist. Ich muss es fragen, wieso ist das so wichtig. Warum kommt jemand ein Triple an dieses Toilidioten? Oh, fuck. Iron Giant. Iron Giant. Ja, aber ich muss erst mal fressen. Ja, das würde ich sehen. Ich zasche hier den Tower. Der Tower ist besser. Ja, echt nicht jump oder? Nein, das ist noch nicht. Wie für dich das Dark Panther kommt. So. Okay, nice. Weißt du schon? Was hast du? Hm, P right back. Ähm. So. Zack. Die Runde wird ja super. Du hast 16,6. Läuft. Ja. 6,6. Ich hab 6,6,6. Ich bin der Teufel. Siehst du? Seht ihr's? 6,6,6. You will live forever. Oh, ich, äh, okay. Och mann. Die rennt weg. Das ist doch nicht lustig. Hi, Hammer. Ey, hat dieser Damage. Ich fahr schon. Oh, verdammt. Ich geh raus und lass uns sterben. Och, nö. Dann. Wurken, ich schaff das. Okay, nice. Schade, ich stell jetzt 6,7. Äh, ich stell jetzt 6,7. Schade. Gut, ich würd sagen, das hast du diese tolle Runde. Oh, äh. Ich würd gern sagen, Overwatch. Soll ich doch die Stats zeigen? Ja. Ja, ja. Ich fang immer an. Ich fang immer an. Ich fang immer an, bei Victory zu reden. Tschüss, tschüss. Und dann die Stats zu zeigen. Ich glaub, ich hab, ich glaub ich, Am Ende hat Oreos noch Best Damage gemacht. Und ich war's. Und ich war's. Ja. Best Damage aus. Nicht aus dem Game. Nith hat mehr gemacht. Gut, ich würd sagen, das war's jetzt ein Part von Smite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.